Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ja, ich zeige euch jetzt heute mal ein neues Glitch-Video. Ich werde nämlich noch ein Video hochladen, dort werde ich euch sehen, wie ich zu diesem Glitch gekommen bin. Aber jetzt zeige ich euch mal, wo dieser Glitch sich befindet. Könnt ihr dann auch im nächsten Video sehen. So, also hier haben wir natürlich jetzt hier der Ort, wo sich dieser Glitch abspielt. Man kann sagen, in der Mitte von Los Santos. Und ihr seht, dort laufen die Leute einfach rein. Hier geht noch gar nichts. Und hier? Hier müssten wir jetzt eigentlich, wenn alles richtig ist... Ach so, Scheiße. Jetzt kommt es doch mal an, ob man auch hochkommt. Ja. Funktioniert wunderbar, der Glitch. Richtig geil gemacht. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Und so. Und ich sage ja auch immer, solange dieser Glitch nicht unbesiegbar macht, ist das doch alles noch in Ordnung. Weil Spiele ohne Fehler, ohne Bugs, einfach keine Spiele sind, wie ich finde. Weil die Spiele, die Spiele brauchen einfach sowas. Ne? Wir brauchen einfach noch solche Sachen wie Bugs und solche Sachen. Sonst wäre das ja alles langweilig. Das ist ja wie beim Fußball, da brauchen wir einfach Bier. Ihr seht schon, das sieht doch schon geil aus, oder? Ach so, Scheiße. Wie lange fallen wir jetzt? Ich glaube, wir fallen jetzt so lange, bis wir auf dem Motorrad sind. Soll ich abspringen? Soll ich abspringen? Ich weiß nicht. Ich könnte es ja mal machen. What the fuck? Wo bin ich jetzt gelandet? Ja, ein bisschen weiter weg. Also. Könnt ihr gerne ausprobieren. Ich bin auf jeden Fall draußen. Euer YouTube Gamescom. Auf der Playstation 3. Ach ja, ich will noch sagen, weil es dabei war. Hier. Das sind die Leute, die dabei waren. Könnt ihr gerne adden. Auf jeden Fall, ciao Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao.